Musik Bob! Ronny! Ja? Seht doch mal da! Wo wollen die hin? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, in dieser Richtung muss irgendwo ein Ponkerdorf liegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir kommen in Friedrichs. Absicht. Was suchen die Bleichgesichter im Dorf der Ponca? Wir wollen zum Blauwassersee und sind vom Weg abgekommen. Die Bleichgesichter mögen stehen bleiben. Vielleicht können unsere Ponca-Freunde uns helfen, ihn wiederzufinden. Die Bleichgesichter mögen stehen bleiben. Aber Freunde, ihr bekommt doch ein Fässchen ganz voll mit Feuerwasser, wenn ihr uns sagt, wie wir den Weg wiederfinden. Die Bleichen Die Bleichen Ihr Börder! Dafür wird man euch zur Verantwortung ziehen. Seid ihr wahnsinnig? Was haben die Indianer euch getan? Tote Indianer sind gute Indianer. Und Verbrecher wie ihr seid, knüpft man am Galgen auf. Verschwinde! Wer seid ihr, dass ihr euch heraus... Du sollst verschwinden! Das werde ich noch heute im Vormelden. Das ist eine fabelhafte Idee. Aber vergiss es nicht. In Ordnung. Das könnte denen so passen. Bill! Joe! Die drei werden umgelegt. Das ist eine fabelhafte Idee. Was hat mich, wie wir das geschartieren? Solange es sich detervoll zu uns, wenn man sich durchfinde. Das ist eine fabelhafte Idee. Das ist eine fabelhafte Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn ganz dick Ankels Schüsse krachen, gibt's für Banditen nichts zu lachen Drum sind sie schleunigst ausgerissen, denn ihre Lage war bescheiden Dann ist es nicht schlimm Es geht schon Seit wann reitet die Kavalerie ohne Waffen durch das Grenzgebiet? Seit wir Indianerkriegern in die Arme gelaufen sind Den Ponkers? Nein, den Assini-Boynes Und wenn uns nicht zufällig der Häuptling der Apachen geht Ach, Winnetou? Es ist nur ein Streifschuss, verbinde ihn Hast nur mal Glück gehabt Ja, Winnetou! Wenn er uns nicht zu Hilfe gekommen wäre, dann hätten wir bestimmt mehr verloren als nur unsere Gewehre So, und was für Kerle haben euch da überfallen? Das weiß ich nicht Sie gehören zu einem Mann, der heute Morgen mit 50 Reitern ein ganzes Ponkerdorf zerstört hat Und warum? Ich habe keine Ahnung Winnetou hat mich mit einer Friedensbotschaft zu Oberst Merrill ins Forniobara geschickt Aber solange es hier Verbrecher gibt, die Kinder und hilflose Frauen umbringen Wird dieses Land niemals zur Ruhe kommen Leider waren wir drei zu schwach, um sie daran zu... Überlasst das mir Ihr seid ohne Waffen, mein Freund führt euch Er ist ein guter Scout Mit Verlaub, einer der Besten im Osten, Süden und im Westen In Lebensgröße vor euch steht, ganz dick Ankel der Präriepoet Vielen Dank, Mister Würdet ihr mir noch verraten, wem wir eigentlich unser Leben verdanken? Man nennt mich Old Shatterhead Bis zum nächsten Mal